Um was geht es eigentlich für Bayern München in dieser Saison noch? Meisterschaft entschieden und jetzt das Ausscheiden aus der Champions League gegen Villarreal. Heißt eigentlich, die Bayern können sich bereits auf die Kaderplanung für die kommende Saison konzentrieren? Und damit herzlich willkommen beim Transfer-Talk. Heute soll es um die Bayern gehen, ganz konkret um die Bayern 2022-23. Gibt ja ein paar Gerüchte um den Kader, um mögliche Transfers. Fest steht bereits, Niklas Süle wird zum BVB wechseln und weitere Abgänge. Da gibt es zumindest dann auch so ein bisschen was, was aktuell diskutiert wird. Tolisso, Mark Rocker, Sabitzer, Dnabri, eventuell Lewandowski. Gibt einige, die eventuell die Bayern verlassen werden. Auf der anderen Seite gibt es aber auch einige, die eventuell zu den Bayern kommen. Und da gibt es ja momentan so Transfers, an denen gearbeitet wird. Schauen wir ganz kurz nochmal auf die aktuelle Mannschaft, die momentan spielt. Das ist jetzt eine der Formationen. Julian Nagelsmann ist ja sehr variabel. Mal mit Viererkette, jetzt im Rückspiel gegen Villarreal mit Dreierkette. So variabel möchte er auch bleiben. Aber das ist so eine der Mannschaften, die wir in dieser Saison schon häufiger gesehen haben, mit den bekannten Namen. Schauen wir aber mal ganz kurz dann drauf, wie vielleicht die nächste Bayern-Mannschaft aussehen könnte. Bisschen anders, ja. Gibt es ein paar Namen, die man vielleicht noch nicht so kennt, die man noch nicht im Bayern-Trikot gesehen hat. Da hätten wir beispielsweise den Rechtsverteidiger Masrai von Ajax, den Zentral-Mittelfeldspieler Gravenberg, ebenfalls von Ajax, und den bekannten Leipziger Angreifer Christoph Nkunku. Das sind so drei Namen, die momentan gehandelt werden und auf die ich jetzt mal ganz konkret eingehen möchte, was die bringen würden, wenn sie zu den Bayern wechseln. Beginnen wir mal mit Nusay Masrai, dem marokkanischen Rechtsverteidiger von Ajax. Der wird heiß gehandelt, Vertrag läuft aus, also könnte ablösefrei wechseln. Andere europäische Vereine sind auch dran, aber die Bayern haben da anscheinend die Nase vorn. Und das macht natürlich auch in gewisser Weise Sinn, denn mit Pavard hat Bayern einen Rechtsverteidiger, der defensiv gut stehen kann, aber der offensiv wenig Gefahr ausstrahlt. Viele Mannschaften, die konzentrieren sich gar nicht so auf Pavard, die lassen ihn eher gewähren, weil sie wissen, dass, wenn er einmal den Ball hat, wirklich nicht viel ausrichten kann. Masrai, anderer Spieler, anderer Spieler, der dann auch nach vorn hin einiges bewerkstelligen könnte. Das jetzt mal ein bisschen die Bayern, wie sie vielleicht den Ballbesitz spielen würden, mit eben dem angesprochenen Masrai als Rechtsverteidiger. Das ist so ein bisschen natürlich theoretisch betrachtet, wie das aussehen könnte dann. Und wenn wir dann schauen, auch bei Ajax immer wieder zu sehen, mit Masrai einer, der auf der einen Seite, klar, ganz die Linien entlang gehen kann, kann ganz klassisch die Wege gehen, also hier entlang hinterlaufen, beispielsweise wenn Sané spielt, dann könnte er hier diese Wege gehen. Aber, und das ist glaube ich etwas, was den Bayern auch an diesem 24-Jährigen sehr gut gefällt, der kann eben auch hier reinziehen. Ja, da ist einer, der auch mal inverse geht, der zum Tor geht, der ein paar Tore schon erzielt hat in dieser Saison. Aber in der Hinsicht gewisse Ähnlichkeit mit seinem Landsmann Araf Hakimi, den wir auch aus der Bundesliga kennen, der mittlerweile bei Paris Saint-Germain spielt. Der einzige Unterschied da ist, dass Masrai etwas defensiv bewusster ist. Also er sichert besser ab, geht schneller nach hinten, also kann dann auch diese Wege eher mal bestreiten. Hakimi einer, der ein bisschen mehr Harakiri spielt, um mal dieses Sprachbild zu benutzen. Das heißt, Masrai einer, der ein bisschen mehr bietet, was die Offensive betrifft, im Vergleich zu Pavard. Und auf der anderen Seite auch noch einer, der Variabilität mitbringt, weil er eben auch mal hier in den Reihen gehen kann. Das heißt, er bietet dann die Unterstützung für die Angreifer, während beispielsweise Sané, Coman, einer der anderen Flügelspieler, dann breit bleibt und damit vielleicht auch Lücken erhält, die Masrai dann auf der rechten Seite aufreißt. Das ist also mal das zum Rechtsverteidiger von Ajax, der eventuell zu den Bayern wechseln wird. Gehen wir auf den nächsten Spieler ein und das ist Ryan Gravenberg. 19 Jahre, von Ajax, ein Box-to-Box-Mittelfeldspieler. Also einer, der sowohl defensiv als auch offensiv viele Talente hat, der natürlich noch am Entwickeln ist. Man kann ihn ein bisschen vergleichen mit vielleicht Jude Berlingham. Also rein von seiner Stattor her, 1,90, ein bisschen schmal noch gewachsen oder ein bisschen schmal noch von der Stattor her. Aber einer, der sich weiterentwickeln wird und der viel Spielintelligenz mitbringt. Auch da können wir drauf schauen, wie das dann aussehen würde bei den Bayern. Sollte da Gravenberg eventuell spielen. Ich habe mir das mal so überlegt, da gehe ich dann noch später darauf ein. Jetzt spielen wir gerade ohne richtigen Mittelstürmer. Das heißt also Lewandowski fehlt da. Deshalb vielleicht dann mit einer Doppel-Acht. Das wäre dann Gravenberg und Goretzka. Das wären jetzt die Bayern im Pressing. Gravenberg ist einer, der sowohl links als auch rechts spielen kann. Bei Ajax jetzt eher so in die Wege geht, in die, in diese rechte Gasse hinein. Also häufig auch dann in der Offensive, hier dann hier breit geht, während Goretzka ja einer ist, der sowohl links als auch rechts spielen kann. Jetzt beispielsweise gegen Villarreal hat man das gesehen. Da ist er eher dann auf die rechte Seite gegangen. Aber Goretzka ist ja variabel da. Gravenberg momentan bei Ajax eher hier halb links zu finden. Wichtig ist, bei ihm zu wissen, dass er viele Wege gehen kann, dass er viel Intensität reinbringt. Und das wäre jetzt zum Beispiel das Bayern-Pressing, wie es aussehen könnte, mit eben zwei Achtern. Da laufen vorn drei an, ganz klassisch. Und dann könnte Goretzka der vierte Mann sein, den er unterstützt. Gravenberg könnte auf der linken Seite unterstützen. Aber, und das ist gar nicht zu unterschätzen, macht mit Alphonso Davies ja auch einen, der gerne im Pressing vorn drauf geht, der gerne auch ein bisschen zockt, der gerne ein bisschen Risiko eingeht. Gravenberg kann auch absichern hier. Weil der eben diese Qualitäten hat, Box zu Box zu gehen. Sowohl vorn als auch hinten viele Talente mitbringt. Auch defensiv stark ist im Zweikampf. Könnte er also auch den Davies dann als eher zockenden Linksverteidiger absichern. Und damit ein bisschen mehr Stabilität bieten, was die Bayern ja auch brauchen. Wichtig auch noch zum Transfer zu wissen, dadurch, dass einige Mittelfeldspieler gehen, ist Gravenberg dann vielleicht der erste Backup. Sollte man nur mit Doppel-Sechs spielen, also mit Goretzka und Kimmich. Das wird die Stammformation bleiben, die Stammbesetzung. Aber Gravenberg einer, der zumindest vom Talent her, Goretzka eins zu eins ersetzen könnte, weil er eben auch Box zu Box gerne spielt und da viel mitbringt und sich natürlich mit 19 Jahren auch noch weiterentwickelt. Auch da viele europäische Vereine waren an Gravenberg bislang interessiert. Am Ende werden wahrscheinlich die Bayern das Rennen machen und da ein neues Juwel an Land zielen. Trotzdem, er wird erstmal nicht unbedingt Stammspieler sein. Muss er aber natürlich nicht. Kommen wir zum nächsten Spieler und das ist Christoph Nkunku. Warum brauchen die Bayern Nkunku? Gut, klar, liegt auf der Hand. Nkunku ist einer der besten Bundesligaspieler, einer der besten Offensivspieler in der Bundesliga. Jetzt wird es aber interessant, wie man ihn einbindet. Aus meiner Sicht, denn es ist gar nicht so einfach. Sollte er jetzt zu den Bayern kommen? Klar, irgendwie muss man ihn einbinden. Aber wie ganz genau? Das ist jetzt eine Formation ohne richtigen Mittelstürmer, aber mit Nkunku auf der linken Seite. Er ist kein klassischer Außenstürmer. Es ist keiner, der breit geht, der von der Außenlinie gerne dann die Dribbling sucht, wie ein Command beispielsweise. Sondern Nkunku ist eher einer, der gerne hier in diesen Räumen agiert, hier in diesen Halbräumen in die Spitze reingeht, hinter die Spitze geht. Also hier fühlt er sich am wohlsten. Wenn man mal einen Vergleich ziehen würde, Nkunku vielleicht vergleichbar mit Mbappé auf eine gewisse Art und Weise. Natürlich Mbappé noch ein bisschen torgefährlicher hier und da. Er hat natürlich auch seine Klasse schon auf ganz hohem Niveau nachgewiesen. Aber auch Nkunku hat so diesen Spielstil, dieses so Driften nach außen, dann wieder nach innen, in diese Räume rein, zwischen den Linien agieren und immer auch den Nebenmann, in diesem Fall wäre das jetzt mal Müller, den ich rausgesucht hatte, dann immer mit unterstützend. Wichtig ist natürlich dabei zu beachten, es sollte Nkunku kommen und sollte man auf der rechten Seite beispielsweise mit Sané spielen, der auch mittlerweile gerne in die Mitte zieht, muss man aufpassen, dass man trotzdem noch jemand hat, der die Breite besetzt. In dem Fall natürlich dann wichtig, Clark Davis kann diese Breite immer besetzen, logischerweise. Der macht ja sowieso diese Läufe gerne nach vorn. Nominell in Linksverteidiger, wenn wir ehrlich sind, ist er eher in Linksaußen, rein von seiner Mentalität her. Und auch Masrahi ist ja einer, der dann diese Breite hier besetzen kann. Und dann kommt das ein bisschen zusammen, was ich auch schon erklärt habe. Dann sind natürlich Spieler wie Grafenberg, die auch mal absichern können, eben umso wichtiger, damit er nicht unbedingt auch noch vorn reingeht, sondern dann ein bisschen mehr die Balance hält, damit die Bayern natürlich weiterhin stabil stehen. Wenn jetzt Davis, Nkunku sowie Sané und dann vielleicht auch noch Masrahi, wenn die alle aufrücken, dann braucht es auch natürlich die Spieler, die dann am Ende hier diese Stabilität bieten. Also gegen den Transfer von Nkunku spricht eigentlich gar nichts, außer vielleicht der Preis. Der wird natürlich horrend sein, aber ansonsten einer der besten offensiven Mittelfeldspieler, einer der besten Halbstürmer, hängenden Spitzen, wie man es auch mal bezeichnen möchte, in der Bundesliga, wenn nicht in ganz Europa. Gerade wenn auch vielleicht sehr schnappre gehen sollte, weil er vielleicht nicht mehr ganz so zufrieden ist und ja lieber im Zentrum spielen möchte, aber die Bayern ihm diese Position wahrscheinlich nicht geben werden, dann wäre Nkunku einer, der da jetzt kommen würde und dann eher auf der linken Seite, vielleicht auch mal auf der rechten Seite spielt und dann eben in die Mitte reinzieht. Also das ist ein Transfer, der natürlich funktionieren sollte. Jetzt habe ich natürlich diese ganzen taktischen Erklärungen gemacht mit Thomas Müller in der Spitze. Und das hat natürlich einen Grund, weil es gibt aktuell Gerüchte, dass Robert Lewandowski die Bayern verlassen könnte im Sommer, ein Jahr vor Ablauf seines Vertrags. Aber Thomas Müller, der sollte eigentlich nicht in der Spitze spielen, der ist besser so als Schattenstürmer hinter einer Spitze. Nun, aber wen könnten die Bayern verpflichten, denn der Stürmermarkt ist sehr dünn, wenn es um wirklich qualitativ hochwertige Stürmer geht. Haaland, der geht nach England, Mbappé, unbezahlbar, Flaovic ist bereits gewechselt zu Juventus und Darwin Nunez, der vielleicht passen würde als Lewandowski Ersatz, hinter dem ist auch Halbengland hinterher. Also habe ich mir überlegt, wer könnte es denn sonst sein, wer könnte denn Lewandowski Ersatz werden, damit die Bayern auch in der kommenden Saison eine richtige Spitze haben, einen richtigen Neuner. Habe lang überlegt und bin dann vielleicht auch eingekommen, auf einen Kandidaten, der es aus meiner Sicht werden könnte, und zwar Romelu Lukaku. Da werden jetzt einige sagen, warum Lukaku? Ja, aktuell bei Chelsea eher auf der Bank, kein Stammspieler, aber trotzdem noch einer, der sehr, sehr viel kann und der Lewandowski sehr ähnlich ist. Und wenn der mal wechseln könnte, für einen annehmbaren Preis, dann doch in diesem Sommer. Trotzdem, reine Spekulation, ich weiß es auch nicht, aber es ist auch eine Frage an euch dann, an die Community, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, von Romelu Lukaku als Robert Lewandowski Ersatz oder schreibt eure Kandidaten rein. Vielleicht habt ihr irgendjemand anders, gerade auf dem Schirm, wo er sagt, der sollte es werden. Allaire zum Beispiel, könnte ja einer sein, Skamaka, wer auch immer, Jonathan Davis. Also schreibt es gerne rein, widerlegt mich auch gerne, sagt, dass ich nur Quatsch erzähle, auch gerne das dann, und dann werde ich da natürlich auch drauf antworten. So viel vom Transfer-Talk, so viel zum Transfer-Fenster auch der Bayern dann. Es wird interessant sein, dieser Transfer-Sommer, was dann passieren wird, wen die Bayern am Ende verpflichten, wer gehen wird und wie sich dann die Mannschaft auch aufstellen wird in der kommenden Saison. Denn nach dem Champions League aus geht es darum, dass die Bayern dann in Europa auch wieder ganz oben dabei sein werden. Also das war es von mir, das war es mit Transfer-Talk in dieser Woche. Ich gehe jetzt zurück ins Studio, da ja in dieser Woche zu Gast Ilja, mein Kollege von Be the Coach. Und Ilja, schon mal die Ankündigung, wir sehen uns ja bei Be the Coach nächste Woche wieder. Topspiel, Bayern gegen Dortmund und da kannst du dann mal deine Fußballkompetenz unter Beweis stellen. Ich bin schon gespannt. Musik Bis zum nächsten Mal.